Wir sind zu schwer! Ich muss das Seil durchschneiden! Es tut mir so leid! Warte! Lass mich es machen! Wow! Was wird das für ein Scheißer, Alter? Wir sind zu schwer! Es muss getan werden! Es tut mir leid! Alter, warum glaubst du, er kann dich halten? Der schafft das! Vertrau mir! Er geht auf Trainieren! Sag ihm, ich geh auf Trainieren! Aber könnten wir vielleicht erst mal das Klavier wegschneiden? Ja, das könnte schon mal ein guter Anfang sein. Wow, wow, wow! Scheiße! Beruhigt euch! Beruhigt eure verdammte Scheiße! Es gibt keinen anderen Weg! Es tut mir so leid! Das Klavier ist einfach zu schwer! Deine Mutter ist zu schwer! Hey! Nimm das zurück! Zwing mich doch! Okay, ich nimm's zurück! Leute! Ich rutsche ab! Haha! Sauber! Danke, Mann! Aber ernsthaft! Wir werden sterben! Halt durch! Wir werden das schon irgendwie packen! Dürfte ich mal den Pädophilen unter mir wegschneiden? Ich bin ein Lehrer! Kein Pädophiler! Das ist ein Schulausflug! Warte, da unten sind Kinder? Wir können doch keine Kinder töten! Nicht nur das! Das sind behinderte Kinder! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Was? Das ist doch alles Kacke! Das ist doch alles Kacke! Können wir nicht einfach den Panda-Bär wegschneiden? Hm? Nein! Was ist denn falsch bei dir? Das ist eine vom Aussterben bedrohte Art! Okay! Was denken die anderen darüber? Weg mit ihm! Töte! Töte den Panda! Cool! Dann mal los! Ups! Das war's jetzt! Es war mir eine Ehre, mit euch zu klettern, Leute! Wir sehen uns in einem anderen Leben! Wir sehen uns in einem anderen Leben!